so das ist jetzt die erste 24 stunden runde war zwei stunden im kühlschrank also sehr gut kalt ich sagte ja ich glaube bei 0 bei 11 grad ist das alles im dings gebunden aber wenn man das jetzt aufmacht hat man natürlich glaube ich ein explosionsfähiges gemisch man sollte für gute belüftung achten man sollte sich handschuhe anziehen und eine schutzbrille und das gas was hier drin ist ist giftig das sollte man nicht einatmen da kann man nämlich dran verätzen alle warnungen ausgesprochen so machen wir das mal schnell auf bisschen abstand nicht die nase so dicht dran so da sieht man das hat jetzt die farbe angenommen gestern sah das anders aus machen wir das mal schnell zu machen schnell mit beiden händen die sicherheit das ist jetzt hier so das sagen die auch mal wenn das die gleiche farbe hat dann hat sich das quasi ausgetauschen das ist jetzt die erste mischung ja das kippe ich weg das kann man verwenden für irgendwas ist mir aber auch egal so wie machen wir das denn jetzt am besten so mal licht hier an meine spritze spülen und das natriumchlorid wieder von 5 ml so langsam ziehen das rote da wo der silikon das aus einem silikon leitung das rote ist von wd 40 die die sonde so hier schon so ein kleiner tropfen der schon so ein kleiner tropfen davon von diesen nicht aber von glaube ich nicht von der salzsorge ein einzelner tropfen der versaut euch die hose und brennt euch so ein bisschen lochend in die haut einmal wieder spülen so jetzt holen wir uns wieder unser 5 ml ein bisschen komisch luft gezogen so das lege ich mal eben beiseite so jetzt kommt das ding erstmal wieder ach komm wir ohne videos dann kommt das wieder so rein damit das video denn noch läuft das video denn noch so so kriegen wir das da noch hin ne das können wir mal eben hier damit abwischen damit man noch was sieht und wie gesagt da sieht man diese silikondichtung sollte man auch nehmen das ist halt ikea ich weiß nicht ob das ikea hat glaube ich original eine weiße dichtung ich habe das von einem anderen glas mit silikondichtung da sieht man das wollte hier das gelbe zeug wollte durch so jetzt kommt das natriumchlorid hier rein und dann kommt schnell die spritze hinein so einmal so vielleicht nochmal ein bisschen luft ziehen so spüle ich gleich schnell zumachen das ist jetzt die zweite 24 stunden runde wenn man jetzt das mit damit handhabt ich meine ich habe das jetzt so hoch gemacht weil ich mir da irgendwas von versprochen habe weil wenn das ganze glas kalt ist dass sich das nicht so viel abhaut und ich eine höhere temperaturdifferenz bekomme zwischen dem hier unten kalt und hier oben warm deswegen habe ich so ein großes glas genommen so 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 Vielen Dank.